Meier-Zweck-Zwei Hallo, servus, grüßlichen Politik ist ein wichtiges Instrument, dass man eine Gemeinde bzw. ein Land führen kann. Kommunalpolitiker sollten für die Personen in der Gemeinde da sein. Wir sollten einfach schauen, dass sich die Personen gut vertreten, die Vereine. Es ist relativ lange her, dass ich den Klaus das erste Mal getroffen habe. Dazwischen hat es viele Begegnungen gegeben, was jede eigentlich besonders war. Was jetzt relativ zeitnah noch ist, ist sicher die Ehrung meiner zwei Spitzensportler, Hindecker Martin und Hindecker Philipp, in der Gemeinde. Das war wirklich eine schöne Veranstaltung, was der Klaus auf die Füße gebracht hat. Ja, ich würde mal sagen, sicher seine Treue zur Gemeinde, die Ehrlichkeit und vor allem sein Engagement, was die Vereine und die Bevölkerung betrifft. Ja, wichtig ist jetzt ganz sicher, dass eben die Treffner Bevölkerung stärkt bzw. unterstützt, dann eben auch die Gemeinde sehr gut nach außen hin gegenüber ein Land vertritt. Und was natürlich wichtig ist, was jetzt meinen Bereich eher betrifft, er setzt sich wirklich dafür ein, dass das Sport-In-Treffen vorangeht, dass die Sportvereine gut gefördert werden und dass die Gesundheit der Bevölkerung auch im Vordergrund steht. Und dadurch möchte ich ihm da auch in dem Bereich unterstützen oder helfen.